Sie schulden mir 400.000 Dollar. Ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit. Chris wettet mit seinen Freunden auf den Tod von Prominenten. Sollte David Hasselhoff sterben, würde er etwa eine halbe Million Dollar gewinnen. Es ist soweit. Hasselhoff ist dran. Soll ich dich töten oder soll ich lieber Liebe mit dir? Gibt es noch eine Alternative? Hat dir nie jemand erklärt? Fick niemals den Puff! ZConnen